eine Sammlung für 5.000 Euro aus dem Altersortiment aufbauen müsste, dürfte, dann sähe das bei mir wie folgt aus. Ich würde mir einen sportlichen Dreizeiger für Everyday, das hat natürlich ganz gut gepasst hier mit der PRX, was ein super Hammer-Einstiegspreis ist für die 395, finde ich. Die knapst am Budget nicht so viel weg, aber ist trotzdem eine schöne Basis mit so einem Dreizeiger. Du hattest sie ja selber auch in der Sammlung. Du hast damit einen Dreizeiger Everyday, Stahlarmband, finde ich super. Und PRX hat natürlich auch noch die Story, dass das Original damals auch Quarz war, also Haken dran. Dann ein Taucher, habt ihr auch gesagt, hier in der Hydro Conquest. Ich finde das Grün super mit Keramiklinette, keine Kompromisse, L888 Uhrwerk drin, super solide, Longines, tolle Marke auch für 1,9. Und dann bleibt noch Geld für zum Beispiel so einen komplett neuen Release, wie zum Beispiel die Noramis hier auf der rechten Seite, die sie in neuen, schönen Ziffernblättern vorgestellt haben. Da bleibt sogar so viel, da bleibt sogar bei den 5000 Euro noch genug Geld übrig, um sich hier so eine Echtlederrolle aus dem Alther-Sortiment schnappen zu können. Um dann quasi für 5000 Euro, und das sind alles UVPs, da habt ihr noch nicht mit den Kollegen im Laden gesprochen, was da noch geht, aber trotzdem, da hast du trotzdem, finde ich, eine sehr balancierte Sammlung, die, ja, oder? Da bist du eigentlich ganz gut aufgestellt, oder? Was fehlt da für dich? Für mich fehlt ein Krono tatsächlich. Ich bin auch so ein Krono-Guy, aber ich würde sagen, jetzt ohne meinen persönlichen Geschmack damit reinzubringen, ist es eine unglaublich abgerundete Sammlung. Weil ich habe die Uhr, mit der ich alles machen kann, die eigentlich für nicht zu schade ist, mit der PRX, Quarz, unglaublich gutes Design, du hast auch gesagt, die Story. Mit der Hydro-Conquest habe ich eine Uhr, die in ihrem Preissegment sowieso rasiert, unglaublich gutes Uhrwerk. Mit dem Grün habe ich auch jetzt eine Uhr, die da noch mal ein bisschen raussticht, das ist jetzt, also klar, man kann dann auch die anderen Farben nehmen, aber ich finde gerade das Grün als Trendfarbe, damit hat man noch mal ein größeres Statement gesetzt. Und dann die Union, das so ein bisschen, ja, als Dresser, der aber trotzdem etwas sportlicher ist, weil das ist ja die Noramis, die Noramis ist ja eigentlich die Sportuhren-Kollektion, aber hier ein bisschen toned down, das heißt, wir haben hier wirklich eine, ich sag mal, elegantere Sportuhr. Da hat man mit drei Uhren alles abgedeckt. Man hat sogar zwei unterschiedliche Länder, wir haben deutsche und Schweizer Uhrmacher-Kunst. Ja, aber ich sag mal, so viel Value bekommt man auch fast nur in der Swatch Group geboten, muss man dazu sagen. Das sind alles drei Swatch Group-Marken. Aber ja, freut mich sehr. Ich hatte mir Gedanken, was kann man da vielleicht noch ändern? Ich würde zum Beispiel, wenn ich sage, wir tauschen die Hydro durch die Mido, die auch dafür bekannt ist, natürlich eine super, eine super Taucheruhr zu bieten mit der 200er, 200C hier, sogar eine Titan-Uhr mit in die Sammlung zu bringen. Und das gibt mir noch mal ein bisschen Budget, weil die ein Ticken günstiger ist, für 1290 Euro. Und dann kann ich, und ich habe es hier gelesen, einige von euch haben auch geschrieben, der Volper würde sich einfach nur eine Tank dafür holen. Dem Thorsten waren das zu viele Dreizeiger. Der Georg würde sagen, für drei für 5000. Die neue rote Tudor und dafür zwei billige Casios, um es einfach aufzufüllen. Dem Ralf fehlt hier GMT. Und auch dem Daniel fehlt hier Flieger. Dachte ich mir, alles klar, da habe ich das Budget. Zack, da kann ich mir für das Budget tatsächlich noch die neue Zulu-Time von Longjin hier ins Boot holen. Und habe dadurch noch mal ein bisschen mehr ergänzt. Chronometer. Auf jeden Fall Flieger und GMT. Tatsächlich jetzt hier beides. Und die Zulu-Time ist sowieso, also das ist so eine unglaublich gute Uhr, die, ja, auch hier wahrscheinlich, wenn es mal eine Sammlung wäre, die drei die meiste Rist-Time bekommen würde. Ja. Aber auch hier hat man wieder alles abgedeckt. Titan auch noch, ein anderes Material. Ja, verschiedene Bänder mit dem Lederband dabei. Hier fehlt mir persönlich, würde jetzt wahrscheinlich hier Kautschuk fehlen. Aber lass uns da überlegen, wie wäre das denn mit drei Uhr und für 10.000 Euro. Ist natürlich jetzt noch mal eine andere Kragenweite, aber da kann man sich natürlich auch ein bisschen mehr austoben. Habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, was könnte man da machen? Der Peter schreibt dir rein, ein Diver, ein Krono, einen sportlichen Dresser. Alle mit Datum müssen es bei ihm sein. Das schaffe ich, glaube ich, hiermit jetzt nicht sofort. Ich habe aber überlegt, Preis-Leistungs-Granate, wissen wir alle, Tudor Ranger. Hat zwar kein Datum, aber ist so dieser Dreizeiger, der in allen Lebenslagen einfach immer angebracht ist. Ich finde, den kannst du sogar, den kannst du sogar, am Kautschuk würde ich stehen, am Anzug rocken, glaube ich. Also am Stahlband geht es natürlich auch noch, aber hier habe ich die mal an diesem Kautschuk-Meshband. Finde ich mega, diese Uhr, für 2.77. Dann dazu den Krono mit der Tissot PRX. Den Krono, das ist wahrscheinlich der, ich sage mal, preis-leistungsstärkste Krono, den wir am Markt aktuell haben und trotzdem eben mit einer coolen Identität, wie ich finde, am Stahlband. Und dazu, dann kann ich mir als Diver noch eine Ikone wie eine Radio mir in die Sammlung holen. Das passt tatsächlich vom Budget her so gut rein, weil die mit 4.8 der absolute Einstieg ist bei Panerai, dass ich mir auch da wieder diese Uhrenrolle hier schnappen könnte und meine Uhren auch noch gut aufbewahren könnte und die ganzen Boxen, mit denen die Uhren kommen, irgendwo in meinem Schrank verstecken könnte. Aber das finde ich eine super, eine super balancierte Sammlung, oder? Also auch hier, hier haben wir drei verschiedene Bändertypen. Man hat mit der Ranger, wie du schon gesagt hast, die Uhr für jeden Zweck, der Daily, mit dem ich alles machen kann, überall hingehen kann, die nie unangebracht ist. Ich habe mit der Tissot ein Krono zum unglaublich guten Preis. Ich habe da auch, wenn man irgendwie sagt, auch wenn es die günstigste hier in der Sammlung ist, das ist die Flex-Uhr quasi, mit dem Armband, die Größe, wie das im Licht spielt, auch mit dem Zifferblatt und dann eine wahre Ikone mit der Panerei und da auch, ja, verschiedene Größen, von 39 Millimeter bis, ich glaube, 44 ist die, ist die Radio mir. Da, ja, hat man viel, viel Freude mit. Ich sehe schon hier, der Oliver sagt, ich sehe schon, Benne will die Uhrenrollen verkaufen. Ich wollte einfach nur zeigen, dass da noch ein bisschen Geld übrig ist und der Thorsten sagt richtig, ich denke, die Rolle gibt es dazu. Das sind alles UVPs, von denen ich hier spreche. Ihr wisst, wenn ihr den Kontakt zu den Kollegen sucht, gerade bei so einem Paket, da lässt man auf jeden Fall mit sich sprechen. Mönchengladung?